Wie war denn? Irgendwas mit Feeden? Ja, ja, ja. Wollte ich auch sagen. Ja, irgendwas mit Feeden. Also Feeden ist klasse. Hier? Irgendwer? UDIR! Uuuuhhhhhh. Mmmmmmm. Ich geh da ja versuchen, ein festes Nerses zu machen. Wie spielt man UDIR? Mit Crest of Sun Lying oder mit Pressed Attack? Vermutlich. Keine Ahnung, im Moment. Pressed Attack ist vermutlich ziemlich gut, aber du bist auf dieser Map ziemlich scheiße. oder so. Ich wünschte, ich könnte mal nur um eine Bearbeitung machen. Oh, Leute. Ultimate Head, meine Freunde. Ultimate Head Darius. Golder Reduction auf der Ulti. Jaaaa. Njaaaa. Sugoi, Sugoi. Uiuiui. So. Mal sehen, was damit passieren wird. Das Team ist echt scheiße. Darf ich das mal anmerken? Unser Team ist echt scheiße. Alleine, wenn wir unten haben, sind wir scheiße. Geil. Und dann noch ein Nasus, ne? Das ist einfach... Aber hey, ich hab Farben passend zur Map. I don't give a shit. Ne, warte mal. I don't give a shit, I just, äh, klick, rechtsklick. Cookie Black. Okay, wir haben ein Problem. Betray, Betray. Gegner am Azir. Nicht gut. Und Esmer. Ich komm halt echt nicht ran. Ne. Vor allen Dingen, weil du keinen Schneeball dabei hast, du Vollidiot. Oh. Warte. Die Stelle hast du verdient. Ich find's ja dämlich, dass man in Aram eigentlich so oft die selben Champions sieht. Wieso? Keiner dieser Champions war im letzten Game. Ich weiß aber, man sieht da einfach voll oft zum Beispiel einen Sincht oder einen Ari. Oder einen Nasus. Das liegt daran, dass ziemlich viele Leute Sincht oder einen Ari oder einen Nasus besitzen. Manche Leute haben weniger, weil die nicht jeder hat. Und besonders nicht diese Leute, die nur Aram-Accounts haben, nur die OP Aram-Champions in den Aram-Accounts haben. Ja, so Idioten gibt's. Das ist traurig. Ach echt. Warum? Das sind die Leute, die kompetitiv Aram spielen. Wenn ich da denke, du hast irgendwas nicht verstanden. Das ist Aram. Ich find's schön, wie der Name von Swain ist einfach Arrow in the Knee. That means never die. Wait, what? Also, ich weiß nicht, wie er Arrow schreiben will. Oder ob das so wahrzichtig ist. Vielleicht heißt er Arrow und man wollte irgendwie seinen Namen in den Scheiß rein haben und hat sich deswegen Arrow in the Knee genannt. Also, falls das der Fall ist, dann ist das kreativ. Nee. Finde ich. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja. Wir sind uns also einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja. W象 ACIM Das war's. schnell. No Do not deny your instincts Summoner Get your game on Der will mich unbedingt werfen Stop 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 Nein Jawoll Entschuldigung den dem du nein sagst der verreckt Ja Spießner Arschloch Habs gemerkt Nee du bist einfach kacke Oder was Wallenscheid jetzt Der is terrible Wenn es kacke da anders traue du Kein gutes Spiel Das Problem ist wir werden grad von drei Seiten einfach zu bombardiert Ja bis sie keinen Mana mehr haben Es ist ja schön dass du Grasp dabei hast aber wie willst du es nutzen im Aram Als Midichamp Ich habe kein Glas Let me help you You don't you don't Ich glaube ich glaub ich sollte wehmaxen W glaube nicht aber ich glaube nicht ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich aber doch ganz so schlecht ich glaube nichts falsch gemacht welche kann alles richtig guten tag die herrschaften willkommen ich hab geholfen ich hab nicht gemacht let me take you hier poro nimm mich poro guckt mich so an was bullshit spiel bullshit lässt sich aber auch echt von dem kack treffen sie fahrchen werden das kack weniger genommen ich habe schon seit 100 jahren kann das jetzt mehr guten tag Будet ihr lieber über meinen lorden savior? Verk siollen wir bei deinen Worten Jeden kicken aber mens salvierend das kurz nachher alles klar was gewöhnt alles klar Ihr wisst, ich musste das machen, ne? Ich verstehe das nicht, oder? Ich hätte auch gemacht. Das ist egal, dass du eines zu dumm bist. Du siehst einfach diese Situation und denkst dir so... Ich muss das jetzt machen. Goodbye, cruel world. Auf the fuck's sake. Auf, auf, auf. Ich fühl mich just das. Ich weiß schon, dass es da oben hier ist. Ungefähr da. Ich fühl mich just das. Genau hier. Ich fühl mich just das, weil es richtig auf... Hab ich das richtig gemacht? Ich glaub, ich muss gleich mal Dominance Establishen. Wirst du das? Auf the fuck's sake. Ich verlange ein Stack. Das war ein fehlgestandenes. Ich verlange ein Statement. Apo, R, E, D. Oder auch genannt, der echte. Ein Stack. Ja. Ja, gestunnt. Oh, for fuck's sake. Wer macht das? Der Faggot ist da vorgelaufen. Oh, fuck, ey. Weißt du was? Äh. Oh, Pussy. Oh Gott. Ich hab noch meine W raus... Äh, meine Kick rausgekriegt. Aber... Also ich hab alles richtig gemacht. Mehr konnte ich in diesem Teamfight auch nichts machen. Die Order ist Riven. Nee. Das Spiel will mir sagen, dass ich Api-Nase spielen soll. Aber ich sage, Fick die Spiel. Api-Nase scheiße. Achim, die hat ja keine Ahnung. Achim, die hat ja keine Ahnung. Mhm, Resistenzen. Nur Pussys hier. Ganz oft, ey. Die... Ich hab doch grad mal nur frozen meldet. Und so was Zwei steht halt 0,25 und hat noch keine Items. Take these. Shutdown. Ich weiß nicht, warum du da rein gehst. Alter. Zwei, du weißt schon, dass ich jeden nehme, um meine Stacks zu sammeln, oder? Warte, ich hab noch keine Ulti mehr. Ah. Da wird's geworfen? Das ist unlucky. Dass der grad nicht korrekt ist. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich jeden hasse, der nicht Kindred heißt oder ist? Dann gehst du hier über dich selbst, weil du nicht Kindred heißt. Woher willst du das wissen? Weil du Devon heißt. Nee. Ich hab das um meine Quellen. Nee, da hast du... Diese Quellen sind nicht gerade vertraulich. Ihr könnt da auch Kevin heißen. Das ist nur ein Deckname eigentlich. Das ist so ein richtiger Kevin. Oh scheiße. Oh, mir ist jetzt aufgefallen, dass das ähnlich klingt. Ja, wirklich. Weißt du, was ich geil finde, wenn man in seinem Pass stehen hat? So ein richtiger Kevin. Das war ein ziemlich erbärmlicher Engage, Azia. Von mir meinst du? Von mir? Ja? Nein, von Azia. Achso. Ich dachte du meinst von mir, weil ich einfach nur einen Kill gemacht habe und danach sofort gestorben bin. Ja, das ist sowieso. Deine Existenz ist erbärmlich. Oh, du liebst mich. Ich will, dass du stirbst. Gute Barrier, by the way. Und er ist tot. Viele wollen, dass er stirbt, aber das passiert einfach nicht. Easy. Auf fuck's sake, Tobi. Au, 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 au. Warte, 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 warte. Du kannst in die Haare kauen. F***er, ey. Ich habe einen Stock. Ja, f*** dich. dieser es wir waren die Sorge hat auf einer Seite und warum hat das herr auf als gilt wird uns verdient was die Idee das ist von zwei Einzigern damit steht es Meeb, 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 get back New York, 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 New York My research 50 Sekunden Aber wir geben noch Tipps Guter Dodge Wenn man Turret macht, ist man gut sozusagen, also kann sich nicht bewegen Und kann selber einfach super schön schneiden Ist das dein Ernst? Also lauft ihr alle in den Turm? Seid ihr doof? Yes Ja, stimmt aber ja was Ich heiß Kevin Dann portet das wieder in Frage Get fucked, bitch Viel Spaß beim Bluten da Boah, hat der gerade 150 Leben bekommen Oh, nicht shit Ja, weißt du, wenn halt Zwei unserer Teammates nicht komplett geboostet wären Unter anderem der Typ da Ja, jetzt ist einfach mal um die Hälfte voll Ja, jetzt lässt er sich schon mal sehr tot Good Job, Idiot Also der Draven ist halt gefeadet wie Scheiße Und niemand fokust ihn Gut, dass er diese jetzt tötet, wo sie sterben können Tobi Fuck's sake Mein Hit the turret Uts Boom Was hat er sich dabei gedacht? Ja shit, aber nichts Schlaues Nicht dann merken Der Draven hat einen Blutdürster Also wenn ihr den poken wollt, dann Don't Verdammt Just die already Die Ich bin zu useful Der Draven hat einen Natur in der Habitat Bleeding Press R to farm Oh fuck, aufs Spiel Oh nein Nicht mein Mitternachtslag Mitternachtslag So, das ist still Nein, er ist halt wieder bei McDonalds am Arbeiten Rennt Oh, mein Ulti ist schon wieder ab Warte, ich hab noch keine fünfmal geultet Das funktioniert wirklich mit Darius Ulti Was? Ja, dass du dadurch zu dir mehrmals aktivierst, die Sticks schneller bekommst Oh Also Ich weiß, ich hab erst viermal geultet Wart mal Was ist denn mit Udi? Udi ist nicht useless, weil Udi hat auf jedem Spell den gleichen Cooldown Udi hat ja keine Ulti in dem Sinne Ach, zählt es nicht als Ulti, schade Ja, das ist eine Ulti, aber bei ihm ist es nur der vierte Spell Nicht die Ulti Das ist gleich wie bei Karma, bei Karma ist das auch super awkward Good job You suck Deine Mutter suckt Meine Balls Ah, der Typ ist zu gefehdet Wir haben halt die Champions, die einfach nichts machen können In Kombination mit den Champions, die nicht spielen können Was die anderen beiden Idioten da sind Hey, jetzt kann ich wenigstens mal engagieren Wenigstens das Oh, er ist schon wieder tot Sehr gut Der stirbt jetzt Und der, der stirbt auch Und der stirbt auch Und was wenn nicht Dafür sorgen wir Ich sagte, er stirbt Das ist keine Frage oder eine Aussage Das ist eine Tatsache Die macht keinen Spaß mehr Nimm den Stack, kleiner Po Ist das zu chart fair, wenn Darius dann eine Passive kriegen würde, wenn er auf einen Minion die Max-Stacks hat Und das ist die ganze Zeit Und das ist die ganze Zeit Easy beim bluten mein freund der hat geheilt um meine ulti nicht zu sterben ich brauche mehr rüstung ist dass das bedeutet von mail so sie ist komplexen champions macht mal komplexe sachen denn aus kamana dieser den ice bauen konnte auch nicht auch wenn ich nicht verstehe warum man dann als nächstes itemkart lootduster kauft aber naja ich hinterfrag das jetzt noch nicht okay er hat mich einfach nach hinten geworfen alles klar ja der typ ist halt wieder tot ok da warst du schnell tot ja ihr seid halt einfach scheiße ich weiß nicht warum ihr da reinlauft ja unser swain ist halt afk aber trotzdem warum lauft ihr da rein warum warum das sieht doch ganz witzig aus ja ich habe Geld gekriegt cool ja what ok kamera ich wollte halt das spiel schnell beenden weil ich muss jetzt auch wieder schlafen gehen du pussi 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 pussi